um in so wie die 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 er hallo 3 ja wir sind es mal wieder Lumi KakashiTV ich bin Kakashi ich bin Lumi und wir spielen heute Left For The 2 wie Lumi so nett war und mir gekauft hat und wir haben keine Ahnung wie dieses Spiel funktioniert und was ist genau Autos ist laut wow 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 ich hör nichts ja warte lass mich mal entschuldigen Halt die Fresse oh Gott die Zombies sind dann ja auch voll laut oh ja Scheiße wir werden jetzt mal ein bisschen spielen ja wie geht das schalt mal die Musik leise wie geht das nehmt euch Waffen Optionen Audio Lautstärke im Spiel du musst es selber leise schalten habe ich ja hey ich habe akimbo alter akimbo hallo ja ich bin noch da gut okay nehmen wir schon die Waffe ja so okay ich habe keine Ahnung was man alle also ich habe jetzt so eine Brille wie kann ich noch so ein zweites Teil nehmen nimm die Schießdings da ne ich das Ding auf da oben nein Brecheisen ist besser oder Axt nimm du Brecheisen warum nimm es einfach oder eine Axt ist mir egal da habe ich aber nicht zum Schießen ja komm mit runter zusammenbleiben und überleben okay oh Gott aahhhhhh 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 hier drin 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 Oh shit Oh Gott oh Gott oh Gott wo bist du Hilfe 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 oh Gott oh Gott da kommt noch einer Scheiße oh wohin müssen wir Komm raus komm raus auch zuerst ein Riesenzombie Uhr und jetzt kommt Kotze oder so mit Schmerz oder so etwas und welches das ist voll viele aber auch nicht ich gern so keine Ahnung vom Spiel werden noch nie wirklich mehr als Player das Erkrankt was gewohnt hat oder die Stiftung Oh, warte. Scheiße, da ist ne Säure. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh. Wo bist du? Da. Voll eklig. Oh. Oh, ja. Dieses Spiel ist seltsam. Hier ist auf der Toilette seltsam. Ne, komm. Gehen wir jetzt raus. Da runter, glaube ich, oder? Ja, komm mit. Ja, wo bist du? Da. Geh runter. Wir müssen nur auf die Bots warten. Oh. Gehen wir... Oh. Wir sind im selben Team. Ist das sowas wie ein Tutorial? Da, oh, Tür öffnen. Ja, auf ne Motorsecke, komm schon. Echt? Nein. Ich... Ey, Alter, du bist... Oh, bei mir, bei mir, bei mir. Die kommen durchs Fenster. Oh. Alter, um. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, Gott. Oh. Nicht runterfallen, Alter. Komm rein. Du hast schon voll viel Leben verloren. Nimm dir irgendwas, heil, Ding. Nimm dir irgendwas, was heilt. Ähm, warte. Da kommen jetzt weg, durchs Fenster. Oh mein Gott. Scheiße, ich hab ne Granate geschossen. Oder so. Oh, fuck. Da hinten... Ja, das ist, glaube ich... Ja, oh, da, fuck. So das Fenster. Wow, wow, wow. Nein. Oh Gott, du kannst da zu mir, zu mir kommen. Ich seh nichts. Ich seh nichts. Was? Oh, du machst mich grad voll fertig. Hau drauf einfach. Oh, ich seh nichts. Oh, fuck. Ah, komm schon. Oh, shit, man. Siehst du irgendwas? Irgendwas? Ja, ich seh was. Warte. Kann ich nicht? Warte, bleib stehen, bleib stehen. Ich heil dich. Nein, nein, nein. Ich will ihn heilen. Verbündeten. Ich heil dich gerade. Bleib stehen. Blub, da schau, das Leben ist wieder. Nicht wenig. Sammeln wir wieder alles ein. Gehen wir in den Lift, komm. Du musst einsammeln. Achso, ja. Gut. Los. Ja, wie kann man jetzt runter? Nicht durch draufhauen. Oh, doch. Oh Gott, da unten kommen jetzt sicher voll viele raus. Also, ich renne raus mit Motorsägen. Ich hab, ich hab auch noch ne... Also, ich will wieder raus, mach auf. Oh Gott, ich hasse Lift. Lass uns auf. Oh Gott, du greifst mich an, hör auf. Ja, sorry, hör auf, hör auf, ich seh was nix. Oh, das raucht voll wegen dir. Die lassen sich raus, Achtung, der Lift explodiert. Oh Gott, nein, es ist dunkel. Scheiße. Şeychen, die neun i seek. съhh strömer war. Oh Gott, oh Gott... Oh 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 mein... Ich hab voll mitgelegt, ich hab voll mitgelegt, ich brauch was. Also, ich heile dich denn? Ich heile dich. Was bist du? Rechtsblick auf mich mit dem Heildinger hat ges guild. Hast du dann was? Ja. Die sanftle, ich mach' auf mich… oh danke wohin alter du hast vor los vor der waffe für uns heraus ich habe ich selber noch nie gespielt alter ist voll krank man wir haben keine ahnung wo wir sind und wo wir hin sollen alles brennt hier raus ich habe es so muss schon mich an euch habe ich habe ich habe oh geil so wohin wohin sollen wir so doch kommt irgendwo vielleicht dort wo wir gekommen sind im lift vielleicht wieder ab und wieder zum lift hier rein oh shit alles voller rauch man da kann man nichts drücken gar nicht komisch ja komm weiter hier rein hier ist der lebt sicher ja warte dass die bots reinkommen er hat das hier gar keinen weg man hier kommt vielleicht kommen die bots da rein ja jetzt kommt kommt coach alter wie geht das ich mach mir das zu ich weiß nur Mann da ist aber das das zu bieten als die Fresse auch hier auch ein Wort da hat mich hat er hat mich die vier ich habe dir das Leben gerettet also halt die Fresse im ich weiß nicht ja glaube ich sterben alter ich hab wohl keine Ahnung was wir gerade sagen wo wir gerade doch soll hilf mir du scheiß noob danke oh gott du hast schon wieder voll wenig leben wo hin müssen wir boah echt jetzt hier durch hier durch sicher ja man durch die tür boah oh gott wer heilt mich ja ich nicht ja du kannst aber geheilt alter bleib stehen ich hab nichts zum heilen super ein jockey sitzt auf rochelle rettet rochelle ok komm hier doch hier hat das ein stuhl wow oh gott die brennen alter ich brenne auch gleich Mann ey du brauchst Heilung ja ich habe eins ja dann heil dich selbst ja dann heil dich selbst nein das ist eine Adrenalinspritze warte was ist das 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 oh scheiße ich hab sie mir selber gegeben ok da nicht wo kann du musst geheilt werden alter ja hier lang hier lang kommt gibt es irgendwo eine minimap neger hey wie kann man das nicht hier einfach oh scheiße hilfe 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 oh scheiße nein nein stirb scheiße so ein bisschen alter boah komm 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 danke du scheiße ich hab fast kein leben mehr ey du bist gleich tot Junge schau ob da irgendwo was zum heilen ist hast du was nee oh fuck da kommen Zombies ich habe einen Granatwerfer also ich habe eine Granate geworfen oh fuck warum äh weil es Spaß macht bleib stehen mal bleib stehen mal bitte ja dann heil mich mal Coach der heilt dich der heilt dich ja nice oh so ein scheiß bot komm mit ich wirf jetzt gleich eine Granate oh fuck hast du den Fettsack gesehen scheiße man ey ich seh nichts alles ist grün ja bei mir auch scheiße boomer flüssig oh fuck ey ich hab auf sie geschossen von hinten von hinten oh fuck ich bin voller Kotze man Vorsicht echt nicht die boomers sollen nicht platzen da Heilung Heilung da gibt's Heilung ey was ist das also Munition ey what the fuck nice wir haben das erste geschafft du bist letzter alter halt die Fresse ist mir egal äh wie kann man das speichern äh keine Ahnung ich weiß nicht mal ob man das speichern kann Ladefonds jetzt sind wir Nummer zwei bye x x